Musik Barcelona Eine enge Gasse im Barri Gotico, dem sogenannten gotischen Viertel der Stadt, heute liebevoll sauber gehalten, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ein Tummelplatz für Vertreterinnen des ältesten Gewerbes der Welt. In der Carrère d'Avignon fand damals ein Maler das Motiv für ein Bild, welches wie kaum ein anderes die Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflussen wird. Dargestellt sind fünf gefallene Mädchen, wie man die Gewerbetreibenden damals auch nannte. Die Demoiselle d'Avignon, datiert 1907. Pablo Picassos großformatiges Werk gilt als eine der Ikonen der Kunst des 20. Jahrhunderts und als entscheidende Vorstufe zu einem neuen Kunststil, dem Kubismus. So revolutionär sich der Kubismus auch gegeben haben mag, er ist bei weitem nicht die einzige revolutionäre Bewegung in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Konstruktivismus und Expressionismus entstehen, Bauhaus, Dada und Surrealismus, um Ihnen hier nur die zentralen Bewegungen zu nennen. Es ist im Rahmen dieser Sendung völlig unmöglich, Ihnen einen erschöpfenden Überblick über diesen Stilpluralismus zu geben. Wir können hier nur versuchen, Ihnen die wichtigsten künstlerischen Strömungen dieser Zeit nahe zu bringen. Pablo Picassos ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Mit dem Bild der Demoiselle d'Avignon erreicht er einen bis dahin nie dagewesenen Grad an Abstraktion vom Gegenständlichen. Paul Cezannes Bild »Die grossen Badenden« von 1906 ist eines der Werke, die Picasso nach eigenem Bekunden zu seiner Komposition anregen. Doch während bei Cezannes durchaus noch eine Art von Perspektive spürbar ist, geht Picasso weit darüber hinaus und verzichtet auf jegliche Räumlichkeit. Picasso erzählte später, er habe das Bild spontan gemalt, 1907 nach einem Besuch des Pariser Völkerkundemuseums. In seinem Nachlass haben sich aber mehr als 800 Vorzeichnungen gefunden, sodass diese Darstellung wohl in den Bereich der Legende gehört. Aber diese Legende hat auch einen wahren Kern. Die archaisch-wilden Figuren des Bildes sollten den Betrachter erschrecken. Als Picasso später einmal nach der Ästhetik seiner Bilder gefragt wurde, hat er einen Revolver gezogen und einfach an die Decke geschossen. Die Demoiselle d'Avignon sind erst 1916 bei einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich. Picassos Kollege Georges Braque hingegen kennt sie wohl schon seit ihrem Entstehungsjahr 1907. Die beiden Künstler entwickeln die Formenreduktion zu einem Stil, der als Kubismus in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Ein typisches Bild des frühen Kubismus ist die Frau mit Mandoline von Georges Braque aus dem Jahr 1910. Die Figur der Frau und der Mandoline werden geometrisch zersplittert und aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Man erkennt eigentlich nur noch einzelne Details wie das Schallloch der Mandoline oder den Arm der Frau. Der dargestellte Gegenstand wird analytisch auseinandergenommen. Man spricht daher auch von analytischem Kubismus. Ab ca. 1911 setzten die Künstler ihre Bilder aus wenigen großen Flächen zusammen. Man spricht vom synthetischen Kubismus. Die klar umrissenen, kräftigen Farbflächen werden ergänzt durch reale Gegenstände, wie etwa Zeitungsschnipsel, Sand oder Holz. Die ersten Collagen entstehen. Schnell wurde der Kubismus auch in Deutschland bekannt, etwa durch die Teilnahme Braques und Picassos an der legendären Münchner Ausstellung der Blaue Reiter von Dezember 1911. Sie wurde in erster Linie von Wassily Kandinsky und Franz Marc organisiert, die danach auch den gleichnamigen Almanach herausbrachten. Wie die Kubisten versuchten, die Vertreter des Blauen Reiters in ihrer Malerei den Schein der Wirklichkeit zu durchdringen und auf deren Wahrheit zu kommen. Sie kamen dabei teilweise zu gar nicht so ganz anderen Ergebnissen, wie etwa Franz Marc in seinem Bild mit Rindern von 1913. Der bedeutende deutsche Expressionist Ernst Ludwig Kirchner gehört zur Künstlergruppe Die Brücke, die fünf Architekturstudenten bereits 1905 in Dresden gegründet haben. Ihr Gründungsmanifest zeigt die gemeinsame Geisteshaltung der expressionistischen Künstler, auch wenn sie sich in ihrem Malstil unterscheiden. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt, formuliert Kirchner hier. Wie Ernst Ludwig Kirchner malen auch die anderen Brückemaler Erich Heckel, Karl Schmidt-Rothluf, Max Pechstein und Otto Müller vor allem Landschaften, Porträts und Akte. Später das Grossstadtleben in Berlin. Das sogenannte Russenhaus im oberbayerischen Murnau. 1908 arbeiten hier die Künstlerpaare Wassily Kandinsky und Gabriele Münter sowie Alexej Javlensky und Marianne von Verevkin. Münter malt Verevkin und Javlensky auf einer Wiese. Ohne die Figuren im Bild wäre es leicht möglich, im Grün der Wiese, den Blautönen der Berge und des Himmels sowie der gelben Linie im rechten oberen Bilddrittel einfach abstrakte Farbflächen zu sehen. Letztlich ist es aber Wassily Kandinsky, der die gemeinsam entwickelten Gedanken hin zur Abstraktion am konsequentesten umsetzt. Zum Beispiel in seiner Improvisation 3 von 1911. Das Bild entstand nach einem Stravinsky-Konzert. Und trotz des hohen Grades an Abstraktion kann man hier noch unschwer die Konzertbesucher sowie den Flügel erkennen. Erst später wird Kandinsky sich völlig vom Gegenstand lösen. Hatten Kubismus und Expressionismus die Weichen für eine fortschreitende Abstraktion gestellt, so gehen andere Künstler abermals einen Schritt weiter. Im vorrevolutionären Russland entstehen Arbeiten, die aus geometrischen Grundformen ganz eigene Bildwelten schaffen. Die Maler dieser Bilder, die Konstruktivisten, sind auf der Suche nach einer völlig neuen Ästhetik und lehnen jegliche figürliche Darstellung ab. Anders als bei der Abstraktion, die ja noch auf Gegenstände bezogen ist, von dem es zu abstrahieren gilt, haben wir es hier mit ungegenständlicher Kunst zu tun. Denn geometrische Figuren sind keine Gegenstände, sondern einfach nur Linien, Kreise, Dreiecke und Quadrate. Das berühmteste Quadrat der Kunstgeschichte ist sicherlich das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich aus dem Jahr 1914. Das ca. 80 x 80 cm grosse Bild zeigt ein schwarzes Viereck, umgeben von einem weissen Rand. Es wurde 1915 bei einer Ausstellung konstruktivistischer Kunst in Petrograd erstmals präsentiert. Diagonal in einen Deckenwinkel gehängt, jenem Platz, der nach russisch-orthodoxem Glauben der Ikone vorbehalten ist. Philosophische Betrachtungen des schwarzen Karates interpretieren das Bild unterschiedlich. Es drücke das Sein und das Nichts aus, die Materie und den umgebenden Raum. In jedem Fall ist in dem radikalen Verzicht auf jegliche gegenständliche Anschauung etwas Universelles, gleichsam Transzendentes angesprochen. In diesem letzten und gleichzeitig ersten aller Bilder ist ein Formelement zur Ikone erhoben, das dem Künstler als Keim aller Möglichkeiten galt und aus dem alle anderen Formen hervorgehen. Durch dessen Drehung entsteht der Kreis, durch Teilung, Dreieck oder Rechteck. Dessen Dehnung ergibt einen Balken oder eine Linie und zwei Balken kombiniert ergeben das Kreuz. Mit diesem begrenzten formalen Instrumentarium wagt Malevich seinen Neustart in der Malerei und nennt seinen Stil Suprematismus, hergeleitet von Suprematie, das heisst absolute Herrschaft. Dass diese ungegenständliche Kunst nicht ohne Aussage sein muss, belegt das Plakat »Schlag die Weissen mit dem roten Keil« von L. Lisitzky. Eine Botschaft, die im revolutionären Russland bildlich kaum eindeutiger umgesetzt werden konnte. Nicht nur über Plakate greift diese Kunst in das Alltagsleben ein. So gibt es viele Entwürfe für Geschirrserien, die von Konstruktivisten wie Malevich oder Suetin stammen. So wie die Revolutionsjahre zu einer völligen Neuorientierung der Kunst in Russland führen, so beeinflusst im Westen der Erste Weltkrieg die Entwicklung neuer Kunststile. Auf die zunehmende Sinnlosigkeit des Frontgeschehens reagieren 1916 Kriegsdienstverweigerer, die in die Schweiz emigriert waren, mit scheinbar ebenso sinnlosen Kunstwerken. Im Züricher Cabré-Voltaire tragen die Künstler sprachzertrümmernde Lautgedichte vor, die schnell zum Markenzeichen der als Dada-Bewegung bekannt gewordenen Strömung werden. So wie sie in ihren Lautgedichten die Sprache zertrümmern und neu zusammensetzen, so verfahren die Dadaisten in ihren Collagen auch mit vorgegebenen Bildwelten. Eine Antikunst, die die angebliche Ordnung vernichtet. Der Mittelteil des Namens Commerzbank dient Kurt Schwitters als Label für seine Kunst. Zweckfreie Collagen aus gefundenen Alltagsgegenständen zum Beispiel. Daneben wendet sich Schwitters auch wieder den Lautgedichten zu. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Die wohl berühmteste Kunstschule des 20. Jahrhunderts ist das Bauhaus. 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet, zieht die Institution alsbald nach Dessau um. Die Leitung übernimmt Ludwig Mies van der Rohe. Das Bauhaus wollte den Unterschied zwischen Künstler und Handwerker aufheben. Die Architektur sollte sich am Volksbedarf orientieren. Wie das aussehen kann, ist bis heute in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung zu besichtigen. Vom Deutschen Werkbund 1927 als Ausstellung geplant, präsentiert die Siedlung verschiedene Wohnungstypen. Die einzelnen Wohnungen setzen sich aus kombinierbaren Modulen zusammen, die auf einem Minimum an Raum ein Maximum an Flexibilität bieten sollen. Über die Architektur hinaus ist die Bauhaus-Idee bis heute auch in diversen Designklassikern präsent. Parallel zu Bauhaus entwickelt sich auch die expressionistische Kunst weiter. Und die Psychoanalyse Sigmund Freuds beflügelt die Fantasien der Surrealisten. So scheint Salvador Dalí in seinem Bild »Meine Mutter« von 1929 Freuds Erkenntnisse geradezu direkt in Kunst umsetzen zu wollen. Sehr präzise gegenständliche Malerei firmiert in den 20er und frühen 30er Jahren unter dem Label der neuen Sachlichkeit. Maler wie George Gross und Otto Dix beschäftigen sich auf ihre Weise mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Weimarer Republik. Schliesslich gibt es Künstler, deren nationales Gedankengut leicht in nationalsozialistisches mündet und die nach 1933 in Deutschland an Bedeutung gewinnen. Auch in der Sowjetunion gelingt es gegenständlichen Malern, sich als Staatskünstler gegen die Abstrakten durchzusetzen. In München-Nazi-Deutschlands wird 1937 im Haus der deutschen Kunst die große deutsche Kunstausstellung eröffnet. Sie demonstriert den Kunstbegriff der Zeit. In der berühmt-berüchtigt gewordenen Ausstellung »Entartete Kunst« werden alle jene Künstler der klassischen Moderne an den Pranger gestellt, die diesem neuen Kunstbegriff nicht entsprechen. Adolf Hitler kündigt massive Repressionen gegen diese Künstler an. Der expressionistische Maler Max Beckmann verlässt Deutschland 1937 fluchtartig. Hier sein Tryptichon, die Abfahrt. Im selben Jahr begegnen wir im spanischen Pavillon der Weltausstellung in Paris Pablo Picasso wieder. Eine sechsmal drei Meter große Wand links des Eingangs zeigt sein berühmtes Bild »Gernica«, entstanden als Reaktion auf einen Luftangriff der deutschen Wehrmacht im Spanischen Bürgerkrieg auf die gleichnamige Stadt im selben Jahr. Ein deutliches Antikriegsbild. Nach dem Zweiten Weltkrieg sorgt ein Düsseldorfer Kunstprofessor für Aufruhr, bevor sich eine Tendenz zur Vereinheitlichung breitmacht. Darüber mehr in unserer nächsten und letzten Sendung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017